Ja, da ist einer. Ich seh ihn. Ich weiß aber leider nicht wie weit das weg ist. Zwei sind hier. Zwei sind hier. Wie weit bin ich von dir weg, Alec? Zwei sind hier. Acht, vorn Kilometer. Korre, hast du gehört? Bei mir zwei. Zwei auf dem Berg. Ja, ich hab ihn. Nur der ist zu weit weg, darum treff ich den nicht. Ich baller mich halt leider ein bisschen schneller nieder als ich sie. Was? Was? Jo, genau. Alles ob... Was? Da, wo mein Ifrit scheint, Ifrit ist, hinter ner Mauer hängt der. Klar, Alter, als ob der das gemacht hat, Alter. Fährt jetzt ne Limo weg? Das will der mir nicht sagen. Ja, hier oben auf dem Berg war ne Limo mit zwei Jahren. Ja, und die Limo konnte ich jetzt sehen. Rote ihn. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Die sind jetzt auf der Hauptstraße, fahren jetzt da zum Robo hin. Also sind die vom Berg runter oder was? Mhm. Die beiden. Geht jetzt wahrscheinlich den Robo da oben oder was? Die hängen grad bei euch in der Sportlimo. Die hängen grad bei euch in der Sportlimo. Ja, die knacken jetzt mein Ifrit. Wie? Ja. Da hängen jetzt zwei Leute an mein Ifrit. Irgendwie ist da grad einer mit ner schwarzen Sportlimo dahin gefahren. Ja, ja. Ja, ja. Hier am Werk ist noch einer. Ja, der hat mir grad nen Reifen kaputt bekommen. Wenns geht, fahr wieder auf unsere Seite. Ich bin hier grad auf dem Berg mit der MK. Der hat den bloß abgeholt. Der probiert deren Heli zu disable. Ja, wenns geht. Aber da ist noch einer, der hat jetzt hier einen Reifen bei der Zerschosse. Wenns geht, komm hier rüber. Ja. Ah, ich seh, ich seh den Sportlimo. Ich sperrt da grad rum. Ja, schieß drauf. Da sind zwei Leute drin. Ja, ich bin zu weit weg. Also. Bei mir ist oben noch auf dem Berg einer gekommen, da muss er auch raufpassen. Hinter mir. Ja, hinter mir. Wo du die ersten beiden gesehen hast, Henrik, da ist noch einer gewesen. Bei deren Hedi, wer sitzt hier unter der Brücke? Henrik. Ja, Henrik, da genau wo du hinguckst, aber auf der anderen Seite. Das heißt, du siehst den wahrscheinlich nicht. Wo ist denn Roberts Ifrit? Könnt ihr mir das ungefähr sagen? Ja, da geradeaus bei nem Robert links. Irgendwo. Äh, direkt nach der Brücke rechts. Ah, ich seh einen Typ, ich seh einen Laufen. Ja, er hat sich im Busch hingelegt, der ist auf meiner Seite. Du fährst grad direkt drauf zu, in nem Busch ist der. Äh, bei so ner Steinmauer von dir aus rechts. Ja, ich hör's. In nem Busch, ich beobachte den. Ja, jetzt läuft er auf das Feld, er läuft jetzt neben die Straße. Wow, wie leicht die mich einfach mal fertig mache. Ihren Drecks, Ifrit. Loser, join your channel. So, ich hab jetzt nochmal nen VPR angemacht und versuch's jetzt nochmal darüber zu reden. Ach, hier ist die graue Sportnummer. Hier in dem Haus ist auch einer. Alex, fahr lieber mal kurz weg und reparier dich, bevor du gleich irgendwie flirten gehst, ne? Wenn ich nen Toolkit hätte? Renn nicht, hier dumm und dämlich, ohne Spaß und die rennen immer ganz vorne sind. Also da an der Seite sind auf jeden Fall welche. Erik, wir bräuchten jetzt hier Support. Also ja. Ich bin aufm Weg. Alex, weißt du wo der war, den ich für dich gespottet hab? Ja, der saß rechts direkt an der Hauptstraße. In dem Busch? Ne. Du warst gerade zumindest frei. Robert hebt ab, auch wenn er auch immer hier, warum auch immer er hier gespawnt ist oder? Ja, ne, ich will zum Rebellen Outpost. Ja, du darfst hier trotzdem eigentlich nicht spawnen. Ja, ich bin doch schon weg. Okay. Ist Robert tot? Ja. Ja, ja. Du weißt wo einer ist. Haben die ihn gewischt? Hey, die schießen auf mich hier in der Stadt? Wo, wo? Ja, ich weiß, der sitzt da irgendwo auf dem Berg, aber ich weiß, ich kann ihn nicht. Ach, jetzt komm ich rauf. Da kommt Hayley. Muss ich auch. Opam MK. Schon wieder. Och Gott, dieses kleine Stück Scheiße. Zweimal hab ich schon gesagt. Ich geh gleich runter zu dem und sag dem Fick, den Wichser. Er soll meinen Scheiß Vatek vormachen, wenn er morgen auch Stress hat. Oh, wenn ich jetzt... Also, ich wurde hier gerade in der Stadt beschossen. Ja, ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Wo ist denn der ungefähr? Oh, mir ist so ein Matsch auch. Willst du mich verarschen? Der hovert jetzt hier und spottet für die, ne? Schreib ihm bitte an, dass er abhauen soll. Er hat keinen Klantext, sonst... Das ist der, wo Herr Mops ist. Der geht jetzt an die Karte. Ja, schick den, schreib den bitte. Sonst kriegt der ganz schön Anschluss. Wir haben das alles auf Video. Hab einen. Ey, einer ist hier bei uns in der Stadt. Bei der Kirche irgendwo. Schreib ihm, Erik. Ich kann... Ich schieße jetzt auf den Hinterrotor von dem, ne? Weil er spottet für die Sprache. Na, Erik schreibt ihn gerade. Ich sag ihm, hau ab. Wenn ihr jetzt ein drittes Mal mitmacht, in der Karte werden wir zu Macken entgehen und ihn bannen lassen. Ich schieße... Einer ist direkt hier in der Stadt. Eine Frage, wer ist... Herr Manuel, kannst du mal, Herr Mops, sagen, er soll sich jetzt mal einen Clan-Tag machen, wenn er bei euch mitmacht, ne? Er ist hier um... Das macht er doch gar nicht. Kann er da rumfliegen, oder nicht? Nein, klar. Ja, das macht er jetzt zum dritten Mal das. Wenn er das noch weiter macht, gehen wir zu machen, dann lassen wir ihn dann dafür. Weil das hat er schon dreimal gemacht. Wir haben ihn zweimal aufgefordert, ne? Ja, bei mir direkt. Ich bin hinter... Oh, ich werd' beschossen. Ich werd' sterben. Ja, ich muss mich teilen. Ich hab dem Mops geschrieben, Reap, oder es wird geschossen. Ich werd' sterben. Oh Gott, echt jetzt, ey? Wer ist denn hier? Ja, wir hätten abholen müssen, Mann. Wir gehen jetzt einfach wegen... Wenn er jetzt nicht abkriegt, gehen wir zum Atmen, ey. Bei einem anderen Tag machen wir das Video rein. Komm, lebst du noch? Ja, ich hab' zurückgekommen. Henrik, einer... Weißt du, wo der Elfrid ist von denen? Ja. Der repariert gerade, auf deiner Seite. Also der guckt... Richtung freie Straße. Der repariert den gerade, der Dreckzack. Mach mir die Daumen, dass ich's überlebe. Ja, der steigt jetzt ein, der fällt jetzt. Ach nee. Kann noch nicht einschreien. Siehst du gerade auf ihn, oder? Ja. Der heilt sich jetzt? Henrik, knall ihn ab! Du triffst ihn! Einer ist auf dem... Übrigens, einer... Einer ist auf dem Berg immer noch. Nachladen! Oh... Sag mir, wo, Henrik. Wer ist denn? Der fährt jetzt aus unserer Stadt los. Ey, willst du mich verarschen, der Opa MK, ne? Boah, ich werd' immer noch beschossen, der Spann. Aber ich hab's wohl nicht... Ich geh hoch zum Atmen. Mir ist scheißegal. Versuch erstmal jetzt... Dieser verfi-du... User left your town. Ich hab... Ich hab Aufnahme, Alter. Alex, ich hab Aufnahme, keine Frage. Also... Die haben ihren Ifrit übrigens wieder. Das ist unser Stadtrat. Wo ist denn der Coleman, der auf dich schießt? Äh, auf dem großen Berg. Ifrit, bei mir? Ja. Ich hab' sich wieder geholt haben. Die großen Bär. Ja, da... Pass auf, die schießen, oder? Sondern da sind. Den scheiß. Da geht die Munition langsam aus. Sind nur noch zwei, ne? Sind noch drei. Also einer im Heli und... Also der im Heli, der Ifrit, der hier ganze drum... Ah, der ist ja bei mir ausgestiegen. Scheiße, scheiße. Ist einer am Boden. Return to formation. Einer von denen ist bei mir. Brauch Hilfe. Versuchs, zu denen zu kommen. Und jetzt schießt hier einer aufm Ifrit drauf. Keine Ahnung wer. Hallo Alex, ich bin hier. Der Dings, der fliegt ja immer noch ohne Clantic. Wo ich mal keinen Sani gerufen hab. Es kommt bei mir schon Sani aufm Weg. Bist du tot, oder was? Ja, ja. Achso, wusste ich nicht. Ich wollte mit dem Ifrit nicht mehr fahren. Ich wollte den reparieren und dann war plötzlich einer bei uns... Was, ne? Wo sind die Leute? Es sind höchstens zwei. Also einer am Ifrit und einer muss halt irgendwo rumgammeln. Einer ist bei mir. Und der andere ist irgendwo aufm Berg. Der große Berg hast du gesagt? Ja. Da wo der Typ war. Da hab ich den als letztes gehört gesehen. Kommt da noch der Channel? Äh, nochmal jetzt gefragt. Ihr habt das ganz sicher auf Video, ja? Ja, ich hab's grad auf Video. Ich nehm immer noch auf. Gut. Dann werde ich jetzt hoch zum Admin. Ja, mach das. User lab your channel. Henrik, ich bin hier jetzt... Ich seh ihn auf dem hohen Berg. Auf dem immer noch auf dem großen Berg? Oder wer? Ja, ja. Wo? Wo? Äh, ich weiß nicht wie weit das ist. Aber, äh, sag mir einfach rechts oder links vom Berg. Schießt du grad bei meiner Leiche, Henrik? Ja. Aber haltet doch den beim Ifrit im Auge, der läuft gerne, der Spaß. Boah, ich hab hier alles so schön im Regenbogen, ne? Was zeig ich jetzt? Der Typ im... Der Typ im... ... ... ... ... dreckige kanocke wo ist er der henrik er direkt da auf dem berg links links okay wo er gelaufen wenn ich sage aber ich kann gleich wieder mitmachen ne nein darfst du nicht doch ich hab sie nochmal durchgelesen nach zehn minuten äh nach 15 minuten darf ich wieder mitmachen nein bei einer neuen aktion robert äh nee ich hab doch mal geguckt robert bei einer neuen aktion tot ist tot das gilt nun mal jetzt ne ich sehe ihn ich sehe er ist hinter so einem riesigen stein ne ja 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 genau der typ mit dem üffritt ist abgehauen oder das heißt er läuft irgendwo rum ne pass auf ich weiß was soll ich machen wo war der denn jetzt das war ein verschlechter Typ ja das ist der Hurensohn der mich auch plötzlich getötet hat in unserer Stadt immer irgendwo rumrennen mal spaß die Tüten ne ich weiß nicht ob sie gut sind oder ob keine Ahnung ja das hat Kartell auch gesagt dass die immer wissen wo wir sind wo die sind ich hatte mir grad noch überlegt holst jetzt noch mal dein SOS raus und versuchst ihn zu treffen ah einer ist ja bei mir an der Leiche wo kann das was auch der flankt dich dann ne der ist ja der in der Stadt bei mir direkt neben der Kirche bei uns und du Knopf heißt der läuft jetzt auf die Straße gerade luftet der? ne der ist an der Mauer entlang Richtung äh unsere Straße gelaufen dachte ich mir ja ich hab das Zug geschossen jetzt läuft er nochmal über meine Leiche ist sie in so einer kaputten Mauer? der ist bei meiner Leiche ist er bei so einer kaputten Mauer? ja ja in welche Richtung? da sitzt einer mit einem grünen Rucksack der guckt in welche Richtung ist er gelaufen? rein oder raus? ne der saß noch neben meiner Leiche jetzt gerade der ist direkt bei mir nice der ist grad direkt neben mir gelaufen ey ja ich weiß auch nicht woher der das weiß aber der ist plötzlich auch direkt bei mir gewesen die Firma die